Liebe Fans des ASV Mainz 88 Catch, willkommen zum Auftrag in der Rückrunde heute Abend hier in der Wettkampfstätte des ASV Mainz 88 am großen Sankt in Momba. Heute dürfen wir den Verbandwitten der Nordwest-Gruppe SCK in Ostheim hier als Gast begrüßen, welche sich mit viel Siegen und nur zwei Niederlagen auf Playoff-Kurs befinden und somit heiße Playoff-Anwärter sind. Mit dem Beginn der Rückrunde geht ein einzelne Artwechsel in den Gewichtsklasslein her, somit steht alles wieder offen und daher freuen wir uns auf einen spannenden Kampfabend. Wir grüßen auch immer wie immer die mittelkreissten Fans unseres heutigen Gegners SCK in Ostheim. Lasst uns gemeinsam ein spannendes und vor allem ein Fernsehkampfabend. Liebe Fans aus Bayern, begrüßt gemeinsam mit mir eure Mannschaft mit einem kräftigen Applaus. Wir heißen auch den Trainer Gerhard Weißenberg und unsere Schüler unseres Probe genannt. Wie passiert ist? Herzlich willkommen in Mainz. Wir begrüßen Sie wieder auf den Kampfbüchern des heutigen Garsons Thorsten Baumgartner. Herr Baumgartner, ebenso herzlich willkommen hier in Mainz. Wir begrüßen Sie wieder auf den Kampfbüchern des heutigen Garsons Thorsten Baumgartner. Klasseleistung von unserem Kringer-Duo. Grüßen Sie mit mir den Chef-Trainer des ASV Mainz 88, David Bichilaschuli und Co-Trainer Haru Niedes. Und jetzt einen großen Applaus für den Herbstmeister des ASV Mainz 88 in der 7,50 Kilogramm Griechströmich. Ein Ringer aus unserer Jugend, unser Youngster Marlon Winsor. 61 Kilogramm Griechströmich. Ein Ringer aus unserer Jugend, unser Nachbruchstalent, Ashor Chabazian. 66 Kilogramm Griechströmich. Sein Anstrenges feiert er mit einem vielflöslichen Derby. Und heute auch wieder unser Mann, David Erzutic. 1,5 Kilogramm preis, unsere zuverlässige Alldreckmaschine auf der Matte und sein Lieblingsgefahr. Die größte 10 Kilogramm, heute fokussiert und auch mal wieder top fokussiert und Arona Gühle. Die größte 10 Kilogramm preis, heute feiert er seinen Dimmel, füßen Sie mit mir, unseren Träger, Ewanke Nekaschkini. 8 Kilogramm frühstimmig, 4 Kämpfe und 4 Siege, unsere Kampfmaschine, Burhan Akkudak. 86 Kilogramm preis, dritter deutscher Meister und auch heute seid ihr Willkampf in dieser Saison, unser Johannes Dimmel. 8 Kilogramm frühstimmig, super ein Stand am Sonntag und auch heute wieder top motiviert, unser Esgar Semmel. 130 Kilogramm preis, unser Mann im Schwergewicht, unser Robocop, unser Sadimir Remel. Nun kommen wir auch schon zu den Begegnungen des heutigen Abends. Die Gegner werden bei der Aufzählung wie immer zuerst genannt. 750 Kilogramm fehlspür mich, Adel, oder große und lege, Marlon Winson. 1 Kilogramm preis, die letzten Mannkraft gegen Arshol Chabazian. 6 Kilogramm frühstimmig, Irina Gotts gegen David Ersittich. 1 Kilogramm preis, die Tino Rettiger gegen Willi Seffal. 5 Kilogramm frühstimmig, Alexandrin Kutu gegen Bruna Güle. 5 Kilogramm preis, die Lukas Dill gegen unsere Neewald Kedek Shashvili. 8 Kilogramm frühstimmig, Kevin Müller gegen Brunaan Akhoudak. 6 Kilogramm preis, die Lukas Dill gegen unsere Neewald Kedek Shashvili. 98 Kilogramm frühstimmig, Michael Jusot-Pilis gegen unseren Edgar Seve. 130 Kilogramm preis, die Kevin Schwebe gegen Vladimir Remel. Ich wünsche beiden Teams heute viel Erfolg. Gleichzeitig geben wir auch schon mit der ersten Begegnung des heutigen Abends der 57 Kilogramm-Klasse. 2 Kilogramm-Klasse! 2 Kilogramm-Klasse! Kupfer, Kupfer, Kupfer! Kupfer, Kupfer, Kupfer!